hallo youtube hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge resident evil 7 ja und heute mein lieben geht es mal ohne brille los wir spielen heute mal ganz normal den das spiel durch hier den normal modus sag ich jetzt mal so ich wollte jetzt mal hier versuchen mal ohne brille zu ein paar folgen zu zocken und ich hoffe ihr seid trotzdem mit dabei und vielen dank noch mal im voraus für eure comments und eure likes bitteschön weitermachen damit das projekt unterstützt wird vielen dank dafür im voraus und heute geht es weiter wir sind das letzte mal hier im keller gewesen ich will aber erst mal gucken wie das hier eigentlich weiter da ist die skorpion tür hier ist nickel ach da sind wir hergekommen okay wir müssen jetzt in den keller und ich meine da unten müsste irgendwo haben wir eigentlich eine karte haben eine karte ist das denn nicht schön ja da ist also noch einiges zu holen und hier haben wir uns das letzte mal sehr semmelt ja kam ein monster nach dem anderen rausgeschossen da müssen wir meine ich rein diese goldene tür oh mein gott ich hasse diesen ort boah dieses ekelhafte geräusch natürlich richtig gemein wenn ich jetzt voran geht dann spawnt da bestimmt gleich irgendwo einer oh er geht das hier lang raus raus wow 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 der müsste kommender kommt glaub ichранi Komm Boy Da kommt er Komm her Komm zu Papa Oh, da geht richtig viel Munition bei drauf Wie viel sind da noch da unten Das ist ja ekelhaft Na Oh, ich erschrecke mich jedes Mal zu Tode Wenn so ein Vieh da spawnt Wenn der jetzt hier spawnt Dann habe ich natürlich ein Problem Oh shit, oh shit Frau Schmidt Oh shit Was ist hier denn Geh mal rein da schnell Mach schnell die Wummel wieder Schnell die Wummel wieder Was ist hier Entriegel Gebt die doch auf Oh shit, shit, shit Oh, ich bin hier voll in Panik Was ist das hier Karte des Verarbeitungsraums Sehr schön Da müssen wir meinen ich hin Gib alles her Money Wo, 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 wo Okay Habe ich noch Da ist Kraut Da ist Kraut Ich bin dafür Shit, shit, shit Shit ich bin dafür dass wir mal eben schnell abspeichern für den fall dass ich gleich abmurks dann haben wir wenigstens schon mal die sachen alle schnell abspeichern das geht ja flott einmal abspeichern bitte so dann können wir uns jetzt gleich aufmachen das ist mir doch etwas zu risk wenn da gleich unten der alarm losgeht wie sieht das eigentlich mit meinen so ok kann ich hier noch irgendwas kombinieren blauer hundekopf den habe ich da habe ich doch was kann ich das kombinieren vielleicht mit das geht nicht kann ich nicht kombinieren vielleicht sollten wir das kraut auch mal eben in die was ist das denn hier ist psychopharmaka kann man das vielleicht geht auch nicht ich packe das kraut mal eben in die kommen bestimmt noch ein paar gute sachen das kraut wir haben ja erstmal noch heilung so der kommt erst mal hier rein so ok dann haben wir wenigstens zwei freie plätze und auf geht's wieder ins horror kabinett die pistole ist wirklich ein witz die taucht aber überhaupt nichts da wieder durch ich habe keine ahnung wo das dahin geht und ob wir hier erstmal lang gehen ich glaube wir haben ja alles mitgenommen erst mal oh skorpionsschlüssel nice ich nehme mal was von den psychopharmakas hier kann ich die nicht nehmen moment zieh es dir rein mein lieber kann ich das nicht nehmen jawohl trophäe erhalten so schatz info vielleicht können wir hier das ein oder andere da ist noch was grünes kraut und schon kann ich nichts mehr nehmen hier kann ich nichts kombinieren ach die blöde schatzkarte kann ich die nicht wegschmeißen wenn du es kannst kann ich hier was kombinieren das geht auch nicht ach man verdammte axel entschmeiß ich die schatzkarte erstmal weg unwiderruflich verloren ist auch doof was ist das da unten das ist grünes kraut ok dann lasse ich das erstmal da oh erstmal die wummel natürlich wieder in anschlag neben mir oh shit shit oh der ist immer noch nicht tot verdammte axt verdammte axt mein gott ist der riesig denn das gibt's doch nicht scheiße raus hier er kommt da kommt ne ich brauchte ein bisschen besser im anschlag hier den typen oh man der hat richtig moni gekostet endlich meine güte ich brauche munition und meine gute superseekraft ist natürlich jetzt auch dahin ich spiele jetzt erstmal weiter egal das risiko müssen wir eingehen da ist noch was und wir haben noch mal wieder nicht genug platz flüssige chemikalie ich kann hier nichts von los werden von dem mist doch gleich müsste ja schussfrei werden hier hier jetzt mal da kann ich auch nichts machen den dietrich so ein sheet frau schmid oh ne das ist doch das ist doch nicht mehr normal hier langsam знаю genau ocho of oho of ohohohohohohohohohohohohohohha Munition. Okay. Oh! Na, endlich. Okidoki-doki-dari. Ach, die blöden Schuss hier, die kann ich doch eh nicht gebrauchen. Die kann ich doch auch wegschmeißen. Aber ich habe ja zumindest wieder einen Platz frei. Da kann ich nämlich das komische Kraut hier mitnehmen. Ha! Flüssige Chemikalie. Und dann kann ich... Flüssige Chemikalie. Das kann ich doch jetzt verarbeiten. Auch nicht. Ach, Mann. Das wundert mich ja, dass sich das hier nicht irgendwie mischen lässt. Okay. Alles klar. Kraut können wir nicht mitnehmen. So, ich glaube, wir haben hier jetzt alles. Hier geht's nach unten. Okidoki. Und da haben wir wieder Psychopharmaka. Und Pistolen-Munition können wir auch nicht mitnehmen. Ganz klasse. Ähm, ich bin dafür, dass wir... Warte mal. Das ist der Schlangenraum. Pistolen-Munition. Ach, Psychotonikum. Ich habe eben vorspielen. Okay. Wir müssen scheinbar dann doch erstmal hoch. Da kommen wir nicht durch. Und mal eben kurz abspeichern. Und dann müssen wir in den... Ne, da gehe ich nicht nochmal durch. Da spawnen die dauernd. Was ist hier? Da kommen wir noch nicht rein. Hier war ja auch noch... Ach, das war ja der... Äh, ja. Gehe ich das Risiko jetzt noch ein? Ne, das Risiko gehe ich nicht ein. Ich gehe jetzt erst speichern. Und dann holen wir uns von dem Monster. So, gehen wir einmal rein. Dann lassen wir auch nochmal ein bisschen was hier. So, wir lassen die Karte hier. Zack. Hallo, die Karte weg. Den Hundekopf. Äh, das Tape brauchen wir glaube ich auch erstmal noch nicht. Zack. Den Schlüssel behalten wir auf jeden Fall. Das ist Flinten-Munition. Wir haben noch keine Flinte. Die kann auch erstmal weg. So. Nice. Und abspannen, sage ich schon. Und aufnehmen. Speichern. So, wir haben frisch gespeichert. Meine Lieben, wir machen hier einen Cut. Wir sehen uns bei der nächsten spannenden Folge wieder. Und dann, meine Lieben, dann werden wir in die, äh, Kammer des Grauens gehen. In die Verbrennungskammer. Und uns dort, äh, hoffentlich den Schlüssel holen. Ich bedanke mich fürs freundliche Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt alle gesund. Haut rein. Und tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.